Jungs, kleines Fazit noch, Frontierspiel, Aufbauspiel, HSV um 21 gegen Viktoria, Hamburg. Viktoria spielt ja eine Klasse unter. Wir spielen in der Regionalliga und die spielen in der Oberliga und das sah ganz ordentlich aus. War sehr warm und beide kommen aus dem Trainingslager. Wir waren nicht zu erwarten, HSV, wenn das 4-0, hätte auch 6-7 werden können. Also die Jungs machen, ich glaube der Trainer macht eine gute Arbeit und die Jungs haben richtig gut harmoniert auch. Nur ich muss schon sagen, von Matz Köhler werde ich mehr. Tut mir leid, dass ich dir sagen, Matz, da muss was kommen auf Außen, da musst du abgehen wie eine Rakete. Da kannst du nicht immer hin und her spielen, Doppelpass. Da will ich dich sehen, dass du auch auf die Linie abgehst wie eine Rakete und nichts anderes ist. Aber das wird's noch kommen. Aber ich drücke euch alle Daumen, dass ihr oben wieder mit spielt und dann ist das okay. Alles klar, nur der HSV und ein schönes Bier auf dem Nachmittag. Schön, alles Gute, Tschüssi und natürlich herrlich, wenn ich da habe. Tschüssi, Tschüss.